Hallo liebe Kinder und liebe Eltern. Ups, ich muss meine Maske herunternehmen, sonst versteht er mich ja gar nicht. Das ist schon blöd jetzt in dieser Zeit. Ständig müssen wir diese Dinge aufsetzen, aber es geht halt nicht anders. Willkommen in der Bibliothek Hart bei Graz. Am liebsten hätten wir euch natürlich alle selbst eingeladen, dass ihr alle hier sitzen könnt und zuhören könnt, wie die Nadine ihre Geschichte von Rosa und das Fliegen vorliest oder wie der Gregor die Geschichte von der Astrid Lindgren, die Kinder aus Bülabü vorlesen wird. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Nadine, nimmst du dann Platz? Ich gehe da hinüber, damit wir den Abstand halten. Rosa und das Fliegen. Die kleine Biene Rosa war eigentlich gar keine Biene. Rosa war viel größer und kuscheliger als eine Biene. Sie liebte es, nach einem Sommerregen durch die frische Luft zu fliegen. Und sie liebte es, sich auf ihrer Lieblingsblume, die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Was Rosa jedoch am meisten liebte, waren fliegende Ausflüge. Rosa war eine sehr glückliche Hummel, vielleicht sogar die glücklichste Hummel auf der ganzen Wiese. Als Rosa wieder einmal auf ihrer rosaroten Lieblingsblume, die Sonnenstrahlen genoss, hörte sie ein Summen. Rosa öffnete ihre Augen und erblickte eine Biene, die sich neben sie gesetzt hatte. Rosa lächelte ihre Sitznachbarin freundlich an und sagte, mein Name ist Rosa, schön, dass du da bist. Möchtest du einen Ausflug gemeinsam mit mir machen? Einen Ausflug? Wo möchtest du denn fliegen? Du bist ja viel zu groß, um zu fliegen und du hast viel zu kleine Flügel. Du kannst ja gar nicht fliegen. Die Biene schüttelte ihren Kopf und flog davon und ließ Rosa alleine auf ihrer Lieblingsblume sitzen. Rosa verstand nicht, was gerade passiert war. Sie konnte doch fliegen, sie war ja schließlich eine Hummel. Während Rosa noch über das Geschehen nachdachte, kam der nächste Besucher auf Rosas rosarote Lieblingsblume. Ein Marienkäfer nahm neben Rosa Platz. Mein Name ist Rosa, schön, dass du da bist. Möchtest du einen Ausflug gemeinsam mit mir machen? Einen Ausflug mit dir, sagte der Marienkäfer. Das ist doch unmöglich. Keine Biene, die so groß wie du ist, kann von so kleinen Flügeln getragen werden. Und auch der Marienkäfer flog wieder davon, noch bevor Rosa ihm sagen konnte, dass sie ja eine Hummel ist und seit ihrer Geburt fliegen kann. Rosa war nicht nur enttäuscht, sondern auch wütend und verletzt. Sie konnte doch fliegen, aber niemand traute ihr das wirklich zu. Rosa flog von ihrer rosaroten Lieblingsblume auf den Boden. Langsam begann sie an sich zu zweifeln. Wenn alle sagen, dass ich nicht fliegen kann, vielleicht kann ich es ja wirklich nicht, dachte sie und sie machte sich zu Fuß auf den Weg. Schneller kannte sie, dass sie hier nicht richtig war, denn von hier unten sah die Wiese ganz anders aus. Die sonst so wunderschönen Blumen verdeckten den Blick auf die Sonne und von unten sah Rosas Lieblingsblume auch gar nicht mehr so rosarot aus. Für Rosa war das alles zu viel und sie begann bitterlich zu weinen. Rosa weinte so laut, dass die ganze Wiese sie plötzlich hörte. Eine Ameise war als erstes bei ihr und fragte, warum weinst du denn so bitterlich? Weil ich eine Hummel bin und fliegen kann. Rosa konnte nicht aufhören zu weinen. Aber das ist doch kein Grund zum Weinen, kleine Hummel. Darüber solltest du dich doch freuen, sagte die Ameise. Aber was bringt's mir fliegen zu können, wenn keiner daran glaubt, schluchzte Rosa. Die Ameise flüsterte Rosa zu. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? In diesem Moment wurde Rosa ganz still. Ich kann mehr Gewicht tragen, als ich selbst wiege, sogar viel mehr. Viele können das nicht glauben und dennoch ist es so. Auch wenn dir gesagt wird, dass du nicht fliegen kannst, du kannst es. Vertraue auf das, was du kannst. Breite deine Flügel aus und fliege einfach, kleine Hummel. Und das machte Rosa auch. Sie breitete ihre Flügel aus, vertraute darauf, dass sie fliegen kann und flog so hoch, wie sie noch nie zuvor geflogen war. Rosa lachte laut und strahlte über ihr ganzes Gesicht. Sie war die glücklichste Hummel auf der ganzen Wiese. Auch wenn andere Tiere sagten, dass Rosa niemals fliegen könne, sie flog. Und sie hatte großen Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, die die Nadine euch vorgelesen hat. Von der Rosa und das Fliegen. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber die Nadine hat diese Geschichte selbst geschrieben. Und wenn ihr gerne Geschichten vorgelesen bekommt von euren Eltern oder von der Oma oder von euren Geschwistern, dann kommt doch in die Bibliothek Hart bei Graz. Und hier in der Bibliothek gibt es tausende Bücher. Und da sind sicher ein paar dabei, die auch dir gefallen würden. Komm einfach einmal her mit der Mama oder mit dem Papa oder mit der Oma und schaust dir an. Frohe Ostern! Frohe Ostern! Glas guset! Peak geht! Was haben eine show und hat sie! Hm schon habt Magd材. Janos Gimper,喝 Editet werden disagree! ihren Lieuter goofy kam7? Magdria good ver championship. аем bisschenvoll und finским. Sympte пойдet nicht deutlich ...